Das ist doch nach Index sortiert, oder? Und wann war nochmal die Gründung Roms? Gründung Roms. Nach der Gründungssage wurde Rom am 21. April 753 v. Chr. von Romulus gegründet. Romulus brachte demnach später seinen Zwillingspuleremus um, als sich dieser über die von Romulus errichtete Stadtmauer belustigte. Edelsbrück in 253, Rom schluckt aus dem Ei. Freiheit, ich komme! Freiheit wird in der Regel verstanden als die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt allgemein einen Zustand der Autonomie eines handelnden Subjekts. Du hast gerade deine Relevanz verloren. Relevanz ist eine Bezeichnung für die Bedeutsamkeit oder Wichtigkeit, die jemand etwas in einem bestimmten Zusammenhang beimisst. Das Antonin Irrelevanz ist entsprechend einer Bezeichnung für Bedeutungslosigkeit, Sinnlosigkeit oder Unwichtigkeit. Ich verfluche den Tag, an dem ich dich gefunden habe. Der menschliche Organismus? Kugel, wer hat das denn da liegen lassen? Ich wollte mir natürlich sagen. Vielen Dank! Besuch, die waren wirklich an die Bezeichnung. Einigitalter, das den Taschenkopf. Ich bin dafür, dass die Bezeichnung wir für die Bezeichnung. Und ich habe schon gesagt, dass die Bezeichnung für die Bezeichnung, wir werfen, ordersen sie zu für die Bezeichnung her. Wir haben auch schon eine Bezeichnung, Ich bin für die Bezeichnung, die Bezeichnung. die Bezeichnung im Blick auf die Bezeichnung. die Bezeichnung in쪽에 die Bezeichnung. und dann steig am fünfmalig, die Bezeichnung und die Bezeichnung, es ist einfach nicht so wichtig, Vielen Dank.